Warum reisen wir? Warum verlassen wir unser gewohntes Leben, unsere Familie, unsere Freunde und tauschen es ein gegen das Ungewisse, gegen Erfahrungen, die uns herausfordern, uns Angst machen, uns vermissen lassen, uns zweifeln lassen. Warum tauschen wir es ein gegen die Fremde, fremde Kulturen, fremde Menschen, gegen ein Leben außerhalb der Komfortzone. Wir, zwei Mädels, auf einem kleinen Segelboot mit dem Traum, die ganze Welt zu entdecken. Die Fremde Werft 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt Momente, in denen wir realisieren, die Welt ist viel zu groß, um alles davon sehen zu können. Momente, in denen wir von der Schönheit der Erde überwältigt sind. Von den Gewalten der Natur, von ihrer Ruhe, ihrer Kraft und ihrer Weite. Musik Momente, für die du gerne dein altes Leben zurücklässt. Momente, in denen du fremde Menschen als Freunde gewinnst. Mit ihnen endlosen Spaß hast. Und sie wahrscheinlich ab morgen nie wieder sehen wirst. Momente, in denen du Dinge tust, bei denen du gedacht hättest, sie niemals in deinem ganzen Leben zu tun. Musik An jedem Abend, an dem die Sonne hinter dem Horizont verschwindet. Und den ganzen Himmel rot erleuchten lässt. Erinnert es uns daran, dass wir genau das Richtige tun. Musik 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 Warum reisen wir? Wir reisen für die Momente, die wir nur erfahren, aber niemals, nie, niemals beschreiben, geschweige denn, mit der Kamera einfangen können. Für Momente, in denen du Dinge über dich lernst. In denen du ein Stück näher zu dir selbst findest. Und verstehst, wie einzigartig es ist. Und wie dankbar wir sein können, auf dieser Erde leben zu dürfen. Ak immensely, ich bspw. Ich üble- Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020